Herzlich willkommen zum heutigen Video. Vielleicht hast auch du die Diagnose Steilstellung der Halswirbelsäule erhalten und dein Arzt oder deine Ärztin ist dir eine Erklärung schuldig geblieben. Kein Problem, das übernehme ich gerne für dich. Viel Spaß beim Video. Um die Diagnose verstehen zu können, lohnt sich ein kurzer Blick auf die Anatomie der Wirbelsäule. Die menschliche Wirbelsäule hat verschiedene Schwingungen auf Höhe der Halswirbelsäule, der Brustwirbelsäule und unserer Lendenwirbelsäule. Wenn du dir den Buchstaben C auf Höhe der Halswirbelsäule vorstellst, kannst du erahnen, wie die Wirbelsäule in diesem Bereich eigentlich verlaufen sollte. Bei der Steilstellung der Halswirbelsäule kommt es zur Aufhebung dieses C-förmigen Verlaufs. Das C ist nicht mehr zu finden und im wahrsten Sinne des Wortes ist die Halswirbelsäule steil gestellt. Kommt es zu einer sehr fortgeschrittenen Steilstellung der Halswirbelsäule. Sprechen wir dann sogar von einer sogenannten paradoxen Stellung der Halswirbelsäule. Der bogenförmige Verlauf der Halswirbelsäule kann dann sogar nach vorne ausgerichtet sein. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann gebt doch gerne schon mal einen Daumen nach oben. Was sind die möglichen Gründe für eine Steilstellung? Tja, da gibt es verschiedene Gründe, unter anderem zum Beispiel genetische Faktoren, aber auch Schleudertraumata in der Vergangenheit, zum Beispiel im Rahmen eines Verkehrsunfalls oder eines Fahrradsturzes, aber auch vermeintlich kleinere Stürze, können einen schwerwiegenden Einfluss auf eben solche Probleme haben, da es zu Fehlverschaltungen auf Muskelebene kommen kann. Falls du mehr dazu erfahren möchtest, verlinke ich dir hier nochmal ein Video, in dem ich bereits ausführlicher über genau diese Thematik aufgeklärt habe. Dass auch der Lebensstil bei diesen Problemen mitmischt, kann man sich gut vorstellen. Schließlich hat sich bei uns sehr, sehr viel in Richtung Smartphone entwickelt. Das heißt, wir sind ständig in einer nach vorn gebeugten Haltung. Sei es, wenn wir aufs Handy gucken oder abends auf dem Sofa sitzen. Vieles ist nach vorne, vieles ist nach unten gerichtet und die meisten Menschen kommen gar nicht mehr ausreichend in die aufrechte Körperposition. Tja, und das alles führt im Rahmen der Halswirbelsäule eben dazu, dass wir gar nicht mehr ausreichend in die Streckung der Halswirbelsäule kommen und das wiederum kann einen Einfluss auf die Steilstellung der Halswirbelsäule haben. Ja, und in diesem Kontext kommt es mir teilweise vor, als wenn die Streckung der Halswirbelsäule total verteufelt wird. Ich habe das Gefühl, dass vermeintliche Experten teilweise dazu raten, bloß nicht in die Streckung zu gehen, weil sie so viele negative Probleme entstehen lassen kann. Und wenn wir es ganz nüchtern betrachten, dann muss man einfach sagen, okay, die Natur hat uns die Streckung der Halswirbelsäule ermöglicht. Wir führen mittlerweile einen Alltag, der diese Streckung gar nicht mehr genug füttert. Und allein deswegen ist es ganz wichtig, regelmäßig gezielt und geführt in diese Streckung zu gehen. Natürlich unter Berücksichtigung deiner Probleme und Symptome. Aber wer das mit Menschen, mit gesundem Menschenverstand eben macht und durchführt, der tut in der Regel seiner Wirbelsäule definitiv eher was Gutes und nichts Schlechtes damit. Rund um das Thema Folgen und Symptome einer Steilstellung, ja, passiert meiner Erfahrung nach eine ganz, ganz große Misskommunikation und Ängste und Sorgen werden geschürt, die da eigentlich gar nicht hingehören. Immer wieder habe ich in den vergangenen Jahren Menschen erlebt, die diese Diagnose wie eine Hiobsbotschaft erzählt bekommen haben, denen das Herz in die Hose gerutscht ist und man plötzlich sich total unsicher war, wird das nun ein ständig schmerzender Wegbegleiter bis ans Ende meines Lebens sein. Und an dieser Stelle kann ich dich beruhigen und dir Mut machen und dir sagen, dass das Essen häufig heißer gekocht als gegessen wird. Denn erstens stellt die Steilstellung der Halswirbelsäule einen häufigen Zufallsbefund dar, der erstmal in keinster Weise zwingend mit den Problemen, die du hast, in Verbindung stehen muss. Bitte nimm diese Information sehr, sehr wichtig und verlass sich nicht einfach darauf, dass durch diese Diagnose all deine Beschwerden erklärt sind. Ich weiß, dass das ja der bequemere Weg häufig ist, gar nicht für dich als Zuschauer, sondern häufig auch im Rahmen der Ärztekonsultation, der Therapie. Klar, man hat was gefunden, jetzt möchte man irgendwie auch die Symptome damit in Verbindung bringen. Ich kann dir sagen, in ganz, ganz vielen Fällen entspricht das nicht der Realität. Zweitens ist unser Körper dazu in der Lage, auch unter nicht optimalen Verhältnissen eine Situation zu schaffen, in der nicht zwingend Symptome und Beschwerden auftreten müssen. Das heißt, für dich eine ganz, ganz wichtige Information, auch wenn du die Steilstellung diagnostiziert bekommen hast, ist ein symptomfreies oder armes Leben in der Regel definitiv möglich. Und drittens, auch ganz, ganz wichtig, es gibt tausende Beispiele von Menschen, die diese Diagnose bekommen haben und trotzdem ein Komplettsymptom freies Leben führen. Und an diesen Menschen müssen wir uns unbedingt orientieren, denn dann sind wir zielorientiert unterwegs und sehen vielleicht schon bald das Licht am Ende des Tunnels wieder. Selbstverständlich geht es mir nicht darum, die Diagnose vollständig zu verharmlosen. Es gibt Situationen, wo die Steilstellung eine Problematik darstellt, die man auch ernst nehmen sollte, denn es kann natürlich vorkommen, dass durch die veränderte Anatomie mögliche Engstellen, Irritationspunkte für deine Nerven entstehen, möglicherweise auch zum Beispiel für den sogenannten Vagusnerv, einen sehr, sehr wichtigen Hirnnerv, der viele, viele, viele Einflüsse auf deinen Körper hat. Aber auch hier eben ist es ganz wichtig zu verstehen, dass das nicht immer der Fall ist. Und selbst wenn du Probleme mit dem Vagusnerv hast, auch hier das Ganze immer mit Vorsicht zu genießen ist, dass es nicht zwingend mit der Steilstellung zu tun haben muss. Im Rahmen meines Coachings schauen wir uns deine Situation ganz individuell an, ergründen mögliche verschiedene Ursachen und werden uns dann Schritt für Schritt einer Lösung widmen. Falls das für dich interessant klingt, freue ich mich von dir zu hören und weitere Informationen findest du unter dem Video dazu. Um wirklich einschätzen zu können, welche Maßnahmen helfen, ist es natürlich wichtig, die Ursachen, wie bereits gerade angedeutet, individuell zu betrachten. In vielen Fällen haben die Betroffenen jedoch zwei Gemeinsamkeiten. Zum einen einen zu schwachen Longus Colli Muskel, den ich dir hier einmal einblende und als sogenannter Wächter der Lordose eine enorm wichtige Funktion für die Stellung der Halswirbelsäule hat. Und zum anderen eine fehlende Extensions-, also Streckfähigkeit der Halswirbelsäule, weswegen es in diesem Kontext sinnvoll sein kann, die Streckung der Halswirbelsäule gezielt zu üben. Um den Muskel effektiv zu trainieren, kannst du dir einmal gerne eine freie Tür oder eine freie Wand suchen und ich zeige und erkläre dir hier gerne einmal, wie das Ganze dann funktioniert. Im weiteren Verlauf, wenn etwas mehr Kontrolle besteht oder aber wie zum Beispiel beim Coaching jemand ein Auge drauf haben kann, kann man diese Übung auch frei machen ohne die Hilfe einer Wand. Und diese Übung kannst du dann zum Beispiel, wenn du eine Wartezeit an der Kasse hast, machen. Wenn du an einer Ampel stehst, kannst du das zum Beispiel mal machen, ohne natürlich eine Gefahr für den Straßenverkehr dabei darzustellen oder einfach mal zwischendurch. Das heißt, eine häufige Wiederholung dieser Übung kann gerade anfangs sehr, sehr wichtig und sinnvoll sein, um dieses System wieder zu fördern und zu sensibilisieren. Für die Longus Collie Übung brauchst du bloß für den Anfang eine freie Wand oder eine freie Tür. Stell nur da bitte sicher, dass niemand reinkommen kann. Und dann stellst du dich mit deinem gesamten Körper, den Fersen, dem Po, dem Schultergürtel und vor allem dem Hinterkopf an diese freie Fläche, hältst den Kontakt. Und was du dann machen sollst, ist aus dieser Position, ohne dass der Hinterkopf den Kontakt zur Wand verliert, eine Nickbewegung. Das heißt, ich mache es dir einmal vor. Das. Ich nicke mit dem Kopf. Das heißt, das Kinn wird ungefähr zum Kehlkopf geführt. Der Kontakt mit dem Hinterkopf bleibt aber bestehen. Und diese Nickbewegung aktiviert den Longus Collie. Sieht nach total wenig aus, kann aber eine sehr, sehr effektive Übung für eben diesen Muskel sein. Und als Erinnerung nochmal, Wächter der Lodose, hat dieser Muskel einen sehr wichtigen Einfluss auf deine Stellung der Halswirbelsäule. Probier es gerne mal aus. Und die zweite Übung ist wirklich sehr, sehr simpel. Wir haben ja gesagt, wir wollen die Streckfähigkeit verbessern. Was müssen wir also tun? Regelmäßig strecken. Ich stelle mich einmal seitlich hin. Was du tun sollst, ist aus einer aufrechten Körperposition regelmäßig die Halswirbelsäule zu strecken, wieder langsam nach vorne zu bewegen und kontrolliert zu strecken. Versuche das wirklich in einem langsamen und kontrollierten Tempo durchzuführen, deine eigenen Grenzen zu respektieren. Es sollte kein starker Schmerz und vor allem auch kein Schwindel dabei auftreten. Und ganz, ganz wichtig, versuch dich mit vollem Fokus in deine Halswirbelsäule reinzudenken. Stell dir vor, wie sich jeder einzelne Wirbel bewegt und in die Streckung reingleitet. Und dann kannst du diese Übung, falls du sie gut verträgst, auch immer mal wieder zwischendurch machen. Gerne häufig und kurz, die regelmäßig mal Zeit nehmen. Und dann stellen diese beiden Übungen eine super Basis dar. Verstehe es aber auch wirklich bitte erstmal als Basis. Wichtig ist natürlich dann, spätestens wenn dieses Fundament gestellt ist, individuell nach den Ursachen zu gucken. Und dabei helfe ich dir wie gesagt gerne, falls du Interesse daran hast, schreib mir dafür gerne eine Nachricht. Und gib diesem Video, falls es dir weiterhelfen konnte, doch gerne einen Daumen nach oben. Und schreib mir deine Erfahrung gerne auch in die Kommentare. Und hier verlinke ich dir auch noch mal ein, zwei Videos zum Beüben weiterer Übungssequenzen. Schau da auch gerne mal vorbei. Jetzt ist auch genug geredet. Wir sehen uns gesund und munter bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin!